sie haben auch ich bin ich nicht in der ganzen Menge muss ich sagen es hat ja ich kann ihn auch aber ich habe es mit Absicht gemacht ich bin mann ehl du blöde Wichser E verpiss dich doch mal hier Mann er steht nur im Weg soll ich das und bis ausfügt aber das kann ja nicht ab nein e alter ich rede mit ihr wenn ich es will nicht wenn du es willst so so ähm ja ich nehme die mal mit hier nein Mensch ich habe hier bald noch die Tastatur kaputt wegen dem blöden Affen so bin froh wenn der seine Level voll hat und ich mit denen nicht mehr raus muss das mich anstrengt das super anstrengt sag mal wie lange brauchst du eigentlich um auf Level 10 zu kommen ey alter wenn ist das jetzt ein blöder Scherz wenn ich nicht mit dir quatschen will dann kommst du hier und wenn ich mit dir quatschen will dann kommst du weg und wenn ich mit dir quatschen will dann kommst du weg das ist das schwerste auf Level was ich gerade hier habe ehrlich gesagt so was bist du eigentlich hier du bist Level 1 du hast als Neujahr nicht hier kriegst du Blume von mir so um nochmal so Level 2 und die ergebliche Spitzhacke weil ich glaube ja hier Spitzhacke weil Bergabbau ist sehr wichtig Angeln ja Angeln ich nehme dich beim Angeln mit ich nehme dich beim Angeln mit du bist meine Angel Lady du bist das nasse Stück so 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 gut mit und ist der ich bin nicht der die die auf Dauer auf das Anstrengung angeln um das mal in der Samstag auszutreten schön Chili die wenn ich mal mit sich erst mal jetzt einige zu stehen gibt und hängen geblieben ja ja, so, du sollst aufsammeln, nicht hier dich hier wie so ein kaputter Mover hier anstellen so bist du jetzt nochmal bei Level 9 Alter, du bist anstrengend dass man bei dir was hoch bekommt da bin ich schon alt und grau so so jetzt, rede mal mit mir so blöd Idiot so immer noch Level 8 weißt du was, ich drück dir jetzt mal Blumen in den Rachen damit du glücklich bist so ähm ja 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 so so wir sind bestimmt noch mal Blumen, die ich sammeln kann wenn ich Blumen brauche, sind keine da sind die denn jetzt hin? da ist etwas, genau so so da ist noch etwas mal gucken da ist noch Blumen mal gucken, reichen die drei so, hier Level 9 will ich dich haben, ich will dich unbedingt auf Level 9 an ja und hier immer noch nicht so da hinten ist ein Bäumchen, kriege ich dich damit auf Level 9? ne natürlich nicht aber da unten ist noch ein Apfelbaum und ein Beerenstrauch wenn nicht, stecke ich dir die beiden Blümchen in den Rachen endlich ey, das war echt, das hat lange gedauert, sehr lange das hat wirklich sehr lange gedauert gut, ich verkaufe jetzt noch die Sachen hier, die hier drin sind ähm hier, haben wir was genau das ist schön für dich dann geh einmal hier ran und hier die zwei Sachen müssen hier rein eines andere kann verkauft werden achso so so dann haben wir das jo hier mal gucken erstmal raus hier hier ey, wir können ja nicht mal lang laufen ohne dass wir hier überall stecken bleiben das ist ja cool so, mal gucken, ist hier jemand dem wir noch was schenken können da wird's hier, da wird's hier, da wird's hier, da wird's hier, da wird's hier so du bist so nutzlos wie der Stück Dreck auf dem Boden so so dann gehen wir mal jetzt bei Remis raus, haus rein ich hoffe der schläft nicht mehr oh, komm später, ja lange pennt er denn so Stitch hab ich dich schon auf Level 10 ja hab ich dich nur auf Level 10 du bist ja auch schon auf Level 10, oder? hey, du bist hier ja ich bin auch schon auf Level 10 ja gut du bist auch auf Level 10, was du ich bin auch schon auf Level 10 wer ist denn hier nicht auf Level 10 so hier Ariel, die nicht mehr im Frau ich muss einfach an die Oberfläche kommen und nicht zu sehen ja, das ist schön für dich so ich hätte gerne bei Blumen so hier sind wir noch Blumen da auch hier hier ein Bahtloom ähm Aria hätte gerne Fischsuppe was ich mit dem Makabaren so und hier auch ich glaub Aria und Ursula aus dem Weg einzigen, die ich verschickt muss ewig dauern wird. Damit die mal auf Level 10 sind. Donald Duck habe ich glaube auch schon auf Level 10. War mir glaube ich so in Erinnerung. Ich glaube der ist in seinem Haus. Da kann man ja mal gucken. Level 8. Grünersalat. Ich habe nichts für dich da. Aber was bist du noch mal für den Dings? Du bist sammeln. Mit dir kann ich später wieder sammeln. Da kann ich dich auch auf Level. Olaf ist habe ich jetzt erledigt. Okay Olaf hat er mich erledigt. Anders ausgedrückt. Miracoli Ich bin dir um zu helfen. Vergiss doch nicht. Ja 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 ja. Du bist auch schon Level 10. Du bist unwichtig. So Kater. Ja. Dann gehen wir mal zu Bayana. Ich glaube die haben wir noch nicht auf Level 10. Ich glaube die haben wir noch nicht auf Level 10. Hallo. Nein. Haben wir nicht. Nein. Ähm. Ich kann dir das jetzt geben. Mal gucken. Und du hast auch Putteln. Das ist ganz gut. Weil dann kann ich dich leichter hoch kriegen. Aber ich habe jetzt auch nicht weiter für dich. Schade aber gut. Ich weiß. So. Ist da noch jemand? Ska. Micky. 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 Elsa irgendwo vielleicht. Micky. Elsa ist gar nicht da. Micky. 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 Jo, ähm, alles andere habe ich nicht da. Tut wohl, ich kann euch nicht helfen. Ähm, das heißt, wir können verkaufen. Naja, ich höre lieber auf mich. So. Älter ist quasi angeln. So, verkaufen. Ja, wir haben schon einiges verschenkt. Jetzt wird erstmal wieder verkauft. Na, hier 30.000 unwahrscheinlich, aber... Aus den paar Sachen. So. Ähm, 10.000 haben wir schon mal, aber 30.000 kriegt man nicht nochmal zusammen. Mit einem Schlag, ich glaube nicht. Dazu ist einfach zu wenig Material da. Aber wir haben... Und da unsere Truhe ist ja auch noch nicht mehr. Von daher... Ähm... Ja, das heißt ja erstmal nicht so schlimm. Wow. Kriegen wir die 30.000 doch hin? Krass. Mensch. So. Sogar mehr? Sogar mehr als 30.000. Wow. Na dann. Lass uns mal hoch. Wir haben nämlich, wie gesagt, immer noch was in der Truhe. Und wir brauchen die Kohle. So, am niedrigsten ist Elza. Danach kommt Anna. Ne, Anna ist ja schon durch. So, einmal hier. Ähm... Und dann haben wir jetzt die Kisten auch leer verkauft dann. Und dann haben wir einiges geschafft und das ist besser als ja nicht. Aber egal, 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 egal. So, der Urlaub war sehr gut fürs Apernten. Super, hier. Dann lassen wir uns mal den Rest verkaufen. Weil ich wollte eigentlich noch was machen. So. Wow. Naja, wie nett. Ich freue mich schon, wenn ich mit Elza unterwegs bin. Die ist wenigstens ruhig. Goofy war super, aber Elza ist besser. Ähm, finde ich. Die ist angenehmer, die ist ruhiger. Und steht wahrscheinlich nicht so am Weg herum. Und zappelt war er nicht so, äh, wie die Bekloppte. Ja. So, deswegen bin ich froh, wenn die dann da ist. So. Nicht schlecht. Cool. Super. Dann gehen wir mal hier drauf. Und nochmal weitere. Ich war ja schon die ganze Zeit nicht drauf. Gras. Wir haben ordentlich was geschafft. Ähm, wir brauchen immer noch den Küchen-Schnee-Besen. Hier, folge Christoph zu seinem Schlitten. Okay. Ähm, zeige Maury die Drachen. Okay. Das können wir alle später machen. Dann, in der nächsten Folge. Zum Beispiel hier, den Drachen zeigen. Hier, den Dings. Danach kommen wir nochmal bei Remy ran. Ähm, warte bis alle Aufgaben. Bis alle ihre Aufgaben benedigt haben. Ja. Und dann hier zum Beispiel, die alten Knochen sind in der Mine. Da müssen wir auch nochmal reingucken, wa? Stimmt, da war ja auch was gewesen. Deswegen, die nächste Aufgabe ist erstmal diese hier. Nehme ich mir schon mal gleich rein. Und ich verabschiede mich erstmal. Bis dann, auf viel Spaß und tschüss beim Müde. Ich bin dein Vater. I la-la-la-la-la-love you. Ooh. I la-la-la-la-love you. Yes, I do.